Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun und zwar dich für meinen YouTube-Kanal registrieren beziehungsweise ihn zu abonnieren, denn du siehst mich bei YouTube jetzt auch live und in Farbe. Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele tolle Inhalte in meinem YouTube-Kanal, auch immer mal wieder tolle Workouts und Übungen und ganz viele wunderbare Videos. Also als Ergänzung für deine Lebenskraft solltest du dir das unbedingt gönnen, denn rund um das Thema Lebenskraft bekommst du dort ganz viele tolle Videos. Also wenn du das noch nicht gemacht hast, abonniere dir unbedingt meinen YouTube-Kanal. Ja und heute in diesem Healthy Shot geht es um eine Wunderwaffe und zwar zum Thema Ernährung. Und diese Wunderwaffe kann wirklich etwas. Und wenn du zu den Menschen gehörst, du möchtest dein Immunsystem stärken, du möchtest auf jeden Fall richtig, richtig gut aussehen, willst stabil, fit und gesund werden oder vielleicht bleiben, weil du das schon bist, dann solltest du jetzt auf jeden Fall dieses wunderbare Nahrungsmittel, dieses Lebensmittel ganz oft in deinen Essensalltag integrieren. Und die Rede ist vom Grünkohl. Ja, der Grünkohl, der wurde in, ja, vor ein paar Jahren war der noch total verpönt, da hat den kein Mensch gegessen. Da, ja, kam der so ein bisschen in diese Ecke von, oh, die fiesen Eintöpfe aus Grünkohl und so weiter. Und er hat eine Mega-Renaissance erlebt. Ich würde mal sagen, das kam wie immer aus Amerika, weil dort einige von diesen Sternchen ganz, ganz viel über Kale gesprochen haben. Und ich weiß auch noch, als ich dann angefangen habe, mich mit Kale, also das englische Wort für Grünkohl zu beschäftigen, da musste man erstmal gucken, dass man gute Rezepte findet, um diesen wunderbaren Grünkohl richtig schmackhaft zu machen. Und ja, es gibt diese tollen Rezepte und ich habe dir am Ende von diesem Podcast auch ein paar Vorschläge mitgebracht. Aber bevor ich dir diese Vorschläge präsentiere, will ich dir erstmal sagen, warum dieser Kohl so wahnsinnig gesund ist. Und warum der zu Recht ein absolutes Superfood ist und vor allen Dingen eben auch eine Wunderwaffe. Und der kann eben so viel, dass selbst Wissenschaftler mittlerweile, und das bringe ich dir am Ende vom Podcast, sagen, das ist eine Antikrebs-Wunderwaffe. Also bleib auf jeden Fall dran zum Thema Grünkohl. Ja, das ist eine Vitaminbombe, ein absolutes Heilkraut. Und ich habe ein bisschen recherchiert hier für diesen Podcast. Der wurde früher sogar schon bei den Römern als Heilpflanze genutzt. Und die Griechen haben den sogar benutzt, um ihren Kater auszugleichen. Also wenn die einen über den Durst getrunken haben oder die hatten eine ausgelassene Trinkgelage, dann, so sagt es zumindest die Literatur, haben die Griechen den Grünkohl genutzt, um da wieder mehr Balance in den Körper zu bringen. Okay, das ist jetzt keine Einladung für dich, zum Thema zu viel zu trinken, um es dann mit Grünkohl auszugleichen. Aber einer derjenigen, und zwar Hippokrates, der konnte ja wirklich was, ein ganz besonderer Arzt, der hat den Grünkohl seinen Patienten verschrieben und hat eine Prühe gemacht, und zwar aus den Blättern gegen Magenbeschwerden, Durchfall und vor allen Dingen auch Husten. So, aber warum ist der jetzt so gesund, dieser Grünkohl? Und ich habe dir einfach mal ein paar ganz wichtige Punkte mitgebracht. Du hast ja schon oft gehört, dass Vitamin C sehr, sehr wichtig ist. Denke immer daran, du brauchst alleine für deine Bindegewebssynthese 1,5 Gramm, das sind 1500 Milligramm, und das deutsche gelähmte Ernährungsbewusstsein, die DGE, empfiehlt dir ja 150 Milligramm. Ja, also das reicht dir gerade für deinen rechten Backenzahn, ne? Also, Grünkohl zu essen macht deswegen so viel Sinn, weil der hat alleine in 100 Gramm Blattgemüse, und das ist ja nicht so viel, vor allen Dingen, wenn du den kochst und ein bisschen als Chips röstest, ja, super, super lecker, dann hat der alleine 105 Milligramm Vitamin C. Das ist mehr als in jeder Orange und Zitrone. Der strotzt vor Mineralien, Ballaststoffen, Vitaminen, und das bisschen Fett, was der noch hat, der hat wirklich so gut wie kein Fett, aber wir brauchen ja die gesunden Fette, das ist auch noch richtig gesund, das ist nämlich eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, und zwar die Alpha-Linolensäure, die ALA, und die brauchen wir natürlich auch als anti-entzündliche Fettsäure in unserem Körper. Aber das Besondere beim Grünkohl ist, und deswegen schlägt er auch alle anderen Grünkohl oder alle anderen Kohlsorten, der ist der absolute Spitzenreiter zum Thema Vitamin A, B, E, K, und vor allen Dingen hat er ganz, ganz, ganz viele Mineralien, und davon den höchsten Gehalt im Vergleich zu allen anderen Kohlsorten. Und was ich so faszinierend finde, und mir ist jetzt momentan kein Lebensmittel bekannt, was so viele sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe hat, die sogenannten Flavonoide, und zwar hat der Grünkohl über 45, also das ist absolut phänomenal, und deswegen ist er auch zu Recht eine absolute Wunderwaffe und ein absolutes Superfood. Und das wiederum beeinflusst natürlich dein Immunsystem, und man weiß heute, dass Menschen, die eben Grünkohl essen, ihren Blutzuckerspiegel konstanter halten und vor allen Dingen eben auch etwas tun, um den Cholesterinspiegel zu senken. Das hängt natürlich auch mit den tollen Ballaststoffen zusammen, die reichlich im Grünkohl enthalten sind. Und was haben jetzt die Wissenschaftler herausgefunden zum Thema Krebs? Und da habe ich dir mal zwei wirklich bekannte Namen mitgebracht, und zwar der Oldenburger Biologe Professor Ahlbach und der Bremer Chemiker Professor Kunert. Die haben mehrere Studien gemacht und haben folgendes Zitat in die Welt getragen. Grünkohl ist das beste Antikrebsgemüse. Also, wenn du noch nicht überzeugt warst vom Grünkohl, dann doch spätestens jetzt, denn wir alle wollen doch langfristig gesehen gesund und vor allen Dingen eben auch vital bleiben. Also dieser Grünkohl, den vielleicht deine Oma noch zubereitet hat, der hat so viele tolle Eigenschaften. Und vor allen Dingen diese Senfglucosuide, so heißen die ja, die haben eine krebshemmende Eigenschaft. So, und wichtig ist jetzt für dich Folgendes. Kauf den Grünkohl Bio oder von einem Bauern deines Vertrauens, wo du eben weißt, dass der eine gute Landwirtschaft eben betreibt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und jetzt gibt es ein paar Tipps. Ich liebe Grünkohl Chips. Und die kannst du spicy machen, also ein bisschen scharf. Ich liebe es ja immer ganz gerne richtig scharf. Ja, ich mag das. Du kannst die aber auch nur mit Olivenöl machen und einem tollen Salzflötesol und zwar im Backofen. Und da gibt es hunderttausende von Rezepten im Internet. Google das einfach mal oder suche einfach mal nach Grünkohl Chips. Und die kannst du so köstlich einfach zu einem leckeren Salat, zu einem tollen Eintopf dazu essen. Vorsicht, nicht so viel davon abends essen. Es gibt nämlich ordentlich Flatulenz, also Luft im Bauch, weil der hat nämlich ordentlich viele Ballaststoffe. Ich liebe aber auch Grünkohl Hummus. Das kannst du auch ganz einfach machen. Und ich liebe es eben auch, so einen richtig tollen Grünkohlsalat zu machen mit Avocado und vor allen Dingen mit Haselnüssen. Und wenn du es gut verträgst, mach da ein bisschen Rettich drauf, rote Beete und so weiter. Und eine Minestrone, natürlich ohne Kartoffeln, ganz klar. Mit Grünkohl, Zucchini und einem leckeren, würzigen Pesto ist auch so köstlich. Also meine Einladung an dich. Beginne mit Grünkohl, vorwiegend jetzt auch im Winter, weil es dich wirklich schützt. Hilf dir dein Immunsystem aufzubauen und integriere dieses gigantische Superfood in deinen Alltag. Denn Grünkohl kann richtig etwas. Und das, was die Oma, der Opa und deine Eltern vielleicht noch gewusst haben, kommt jetzt wieder mehr ins Bewusstsein. Er lebt eine absolute Renaissance und ist auch gut so. Deswegen esse mehr Grünkohl. Ich hoffe, dass dir dieser Healthy Shot gut gefallen hat. Und wie gesagt, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere meinen YouTube-Kanal. Da findest du ganz, ganz viele tolle Videos. Und vor allen Dingen wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung und bei dem Zaubern von tollen winterlichen Grünkohlrezepten für deinen wunderbaren Körper. Von Herzen nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin.